Ich bin Hannover, geh' noch zuhause, du heute Scheiße, geh' noch zuhause, geh' noch zuhause, geh' noch zuhause, du heute Scheiße, geh' noch zuhause, du heute Scheiße. Was wir heute Abend für euch bei der Schlagerparade am Schützenkirch in Hannover der Rechtsbildung der Zukunft, der Mann mit dem Spendler, und jetzt mal in der Stimme, für euch, Vicky!